hallo hallo ich meine lieben freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen vlog hier auf onkel tv ja wieder mal ein vlog aber da ist jetzt schon länger her mein letzter vlog und deswegen habe ich mir gedacht kannst du ja mal wieder ein raushauen und ich glaube ich habe ich euch ja auch schon angekündigt dass ich einen vlog machen wollte und zwar gibt es wieder so ein paar kleine themen die ich besprechen und normalerweise wollte ich jetzt stream ich habe ja mein green screen da steht schon drüben eigentlich aber ich habe einfach gerade keine lust dazu zu stream ich bin gerade von der arbeit und hin und her gefahren und und zurzeit gibt es ein bisschen stress mit meinem auto mit meinem alten ich habe mein altes verkauft und jetzt neues holen was aber noch nicht geht zurzeit fahrt mit meinem vater seiner mühle rum und die muss ich dann immer wieder hinschaffen und dann muss ich immer wieder dahin und dort hin und hab noch so termine und ja und deswegen ein rumgegondelt und jetzt bin ich halt ziemlich im arsch und da wird jetzt nicht unbedingt ein live stream noch machen weil ich möchte nach einer halben stunde aufhören und da habe ich mir gedacht nimmst du gleich mal ein vlog auf und da bin ich jetzt und machen wie log und habe ein paar themen und die werden zum beispiel ja brain afkar nee und zwar geht es darum ja ihr habt ja diesen verkackten der letzten angezockt live stream mitbekommen mit diesen verkackten ps4 aufnahmen und also hat sich ja den ganzen durch die ps4 streams die ich machen wollte dass die die durch die dinger wollte ich ja alter spiel entschuldigung wollte ich ja eigentlich ps4 mit stream und angezockt machen aber dann hat es mir hier das ganze obs und deswegen hat es nicht gestreamt und ja ich habe herausgefunden dann was es lag weil ich die video das aufnahme gerät das video aufnahme gerät noch in der standard einstellung hatte das heißt es hat das ausgegeben was eben die ps4 pro hier rüber bringt und das ist ein bisschen mehr als ja und da hat wahrscheinlich die internet leitung einfach nicht gereicht dafür um das durchzuschleusen weil es ja auch 4k keine ahnung ob das jetzt hier auf meine aber normalerweise müsste ja ist ja das wieder ganz anders hat er hat damit 4k fernsehen jetzt nichts zu tun sondern übertragen keine ahnung und das hat ja eben die volle pulle da durch gehauen und ja ich habe das jetzt erstmal wieder angepasst auf normale 1080p 60 fps und jetzt überträgt das auch bloß und es müsste jetzt eigentlich funktionieren für mich privaten test wie gemacht und er wird auf jeden fall jetzt mal mit folgen also ich habe jetzt vor ich wollte jetzt jeden monat wollte ich normalerweise ein angezockt mix machen ps4 plus update also die die neuen ps4 plus spiele die neuen ps plus spiele ich bin eben noch am knurbel habe ich nur die ps4 machen oder habe ich auch die ps3 spiele machen aber letzter zeit sind die ps3 spiele so dass ich eigentlich nur die ps4 vorhatte aber jetzt ist das problem jetzt bringt auch die ps4 in den plus updates oder wie auch spiele raus und ich habe aber kein wie arm da kann ich die also nicht anzocken das ist kacke naja auf jeden fall werde ich als nächstes mal also werde ich jetzt in der nächsten zeit mal ein angezockt mix mit dem mit den diesen monatigen playstation plus spielen machen und das soll dann sozusagen gleich mal ein test stream werden ob das mit der ps4 auch ordentlich klappt und das mache ich dann halt live dass ihr dabei seid privat habe ich schon gemacht hat gut funktioniert aber live ist es ja immer was anderes ihr kennt mich ja es funktioniert alles alles super und ich mache ein live stream an alles geht kaputt ja das ist normal bei mir das habt ihr ja sicherlich auch schon mitbekommen technische probleme sind es onkels teufel teufels hat teufels dings na ja die halt ja oder ansonsten ja die woche war jetzt auch nicht viel mit mir los bin eine ganze zeit wie ihr seht ich eigentlich die ganze zeit fett auf meiner couch rum und klotz fernsehen und guck mal ein oder zock ein bisschen ps4 einfach so für mich und bin eigentlich nur im eimer die ganze zeit ja wie gesagt zeit ein bisschen stressig aber nächste woche darf es besser gehen dann darfst du mein neues auto haben und dann ist alles da geregelt dann muss ich bin ich hin und her fahren und das auto abgeben wieder holen und wieder und naja und ja und deswegen bumm ne ja was ich auf jeden fall noch vor habe und zwar wwe 2k18 der karrieremodus den ich habe den ich mit euch die ich ja die ganze zeit letzt player und ich habe jetzt noch mal zwei drei parts noch mal aufgenommen die werden jetzt ich werde jetzt die nächsten tage hochladen die werden noch kommen aber ich habe mich entschieden ich werde wwe 2k18 den karrieremodus live weiter let's play weil es macht mir einfach keinen spaß aufzunehmen macht mir einfach überhaupt keinen spaß mehr aufzunehmen es fehlt mir einfach dieser kontakt zu euch es fehlt mir einfach dieses feedback mir fehlt mal ein bisschen mal ein bisschen ein bisschen quatschen mit euch mir fehlt einfach so dieses dieses ja oder selbst selbst wenn ihr nicht schreibt im chat ich weiß dass ihr zuguckt ich sehe die zuschauer irgendwie gibt es ein ganz anderes feeling als als wenn man aufnimmt und dann für sich selbst quatscht und ich weiß nicht also mir macht stream echt mehr spaß was ich auch vorhabe wir haben ja diesen koop deluxe twitch kanal da revana sowieso da nicht streamt und das alles überhaupt gar nicht so geklappt hat wie wir das überhaupt gedacht haben werde ich diesen diesen twitch kanal direkt nur onkel tv machen werde das umändern auf onkel tv und dann werden meine streams dort mitlaufen ich werde das jetzt machen wir in zukunft noch mal ein bisschen probieren noch ein bisschen ich muss mir da echt mal in arsch treten dass ich das mache was am anfang natürlich nicht sein wird sind diese ganzen alerts und so was ich meine ich habe ein dings da tippe oder wie das zeug da heißt und hab das alerts ding aber das ist so ein einsteller einstellungsmurks oder da habe ich einfach keine muse dazu ganz ehrlich wenn du die ganze zeit wie gesagt drei schicht sich zu arbeiten und dann zockst ein bisschen und dies und ich habe einfach keine muse dazwischen durch das einzustellen oder musst du ja irgendwelche gifs runterladen die da irgendwie welche bewegung machen und dann muss ich erstmal welche suchen die auch irgendwo zu mir passen und zu euch passen und zu zu das muss ja irgendwo passen zu du zu ne also ich kann ja nicht einfach ein cloud einfügen und cloud ist überhaupt nicht mein konzept was soll denn das oder dars wader was will ich mit dars wader ich kann den typ mit mal ab oder was weiß ich was es da alles gibt oder oder family guy oder so ein scheiß das ist einfach nicht meine art ne man muss erst mal was zusammen sammeln was irgendwo so ein bisschen passt und das ist einfach so eine mega arbeit und so eine lange zeit die ich einfach nicht da will ich über ein bisschen stream und dann ja also am anfang wir haben bestimmt die alerts nicht zu sehen sein ich werde vielleicht aber das auch bloß ich werde vielleicht bloß die alerts machen für follows abos und spenden ja das ist ja schon alle alerts ja ich muss mal gucken wie ich das mache vielleicht ach keine ahnung habe ja auch kinder hier irgendwo in der nähe ist der sachen würde hast du bock mir das einzustellen mach mal muss man sich wirklich dahinter klammern das ist doch eine menge arbeit muss ich sagen menge zeit diesen anspruch nicht viel arbeit ist nicht schwierig und das ding ist aber es halt viel zeit und das zusammenpassen und und dann musst du es immer wieder aktualisieren muss wieder einfügen und wieder das und auch ich werde zwar mit dem also ich habe jetzt zeit dieses tippe und es gibt ja noch was anderes und damit will ich noch mal probieren aber ich habe vergessen wie das heißt muss mal die odin fragen oder die möller ich glaube der weiß es auch ja und auch thema und so was muss ich sagen wir haben lange nichts mehr von den beiden von den beiden von beller das doppel meint ich jetzt habe da beide von beiden nicht mehr aber hat lange nichts mehr gehört von moeller und so und cool ja wir hatten vor kurzem ein paar games gekauft oder ein netten paar wir haben uns gelb gekauft gekauft wir wollten jetzt mal bald mal stream wir müssen das mal wieder hinbekommen wir müssen uns mal zusammensetzen wir müssen mal wieder ein bisschen streamen und ich habe mal vor mit ihren kleinen fans stream zu machen und da müssen wir mal gucken also nicht nur das eine spiel was wir uns geholt haben sondern dass wir da wirklich mal was anderes und ich hatte ja mal noch angezockt gemacht von dem spiel was dir auch gefallen hat vielleicht könntest du dir das ja noch holen und dann könnten wir noch diesen das und das und diesen das und das ne also dass man da so einen kleinen stream mit vielen games machen ein bisschen einfach nur fun 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 wird dann auch so heißen fun 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 und wir spielen einfach irgendwie querbeet solche spiele und das würde ich gerne mit moeller dann zusammen machen oder wenn es spiele sind wo mehrere mitmachen können dann natürlich gerne ricarda auch gesehen und gerne auch die anderen gesehen aber die müssen sich halt dann auch die spiele zulegen also ich will mal wirklich mit moeller und sowas mal was anderes stream als dead by daylight obwohl ich auf dead by daylight auch mal wieder bock kann muss ich sagen aber jetzt ist ja sogar noch zwei neue killer dazugekommen da müssen wir noch so mehr videos machen einmal ist der leatherface dazugekommen der ist das letzte mal schon dabei gewesen da war ja so erstaunt über diesen leatherface und freddie ist dazugekommen ja wirklich freddie ist dazugekommen wir haben uns sogar einen der letzten streams darüber unterhalten das wird bestimmt noch kommen der freddie und irgendjemand gesagt ich weiß auf jeden fall der meinung ja das müsste noch kommen das passt da jetzt noch rein und ich weiß nicht mehr wer es war wie es war keine ahnung auf jeden fall ist er jetzt doch da als hätte ich nicht gewusst ja und die muss man testen testen mit dem und ja ja da will ich nämlich versuchen dass ich in zukunft die streams wieder doppel stream auf auf twitch und auf auf dinge so wie gesagt die twitch kanal den ausrum als onkel tv weil kurv deluxe ist einfach wir machen kurv deluxe hat natürlich weiter aber da ist einfach dadurch wir beide uns da so ein bisschen haben bock drauf aber uns da immer so abzuteilen dass wir beide zeit haben ist aber so ein bisschen schwierig weil wir waren um arbeitet viel ich arbeite in letzter zeit viel und also nennt mir den wir gesagt haben ich den job ab und da manchmal ist einfach die lust mit da und die sind das und wie gesagt das ist ja hier für mich alles noch ein hobby das alles also ist das heißt noch ein hobby seit fünf jahren noch ein hobby ist es ja für mich alles ein hobby und eine kleine leidenschaft geworden und das und hobbys muss man halt eben auch wie hobbys behandelt ganz am anfang natürlich wo ich noch gamers check lp war und mit mir die ganzen anderen leuten habe ich das ein bisschen sehr ernst genommen und habe dann irgendwie druck gemacht und da muss jeden tag ein paar dann das und das aber das live stream muss ich auch sagen hat ja alles verändert dass man jetzt mal so ein bisschen ja dass man sagen kann man kann man was machen wo bock hat und dann hat man die leute dabei und ich finde es auch ehrlich mega geil jetzt so diese kleine ja ich habe diese kleine truppe die jetzt immer dabei ist finde ich mega cool freut mich immer immer wieder dass die alle dabei sein das ist ja der peace walker dass der eric der eric der eric eric so ist dann der müller ist manchmal auch dabei dann der rewano natürlich andauernd und ja bei rewano falls jetzt die leute von rewano war ein bisschen die bei ihnen stream ich bin immer noch mal kurz drin weil er spielt immer die spiele jetzt zum beispiel spieler zur zeit die evil was in zwei das sind so spiele die ich gerne selber spielen würde ich will mich nicht spoilern deswegen bin ich auch mal ganz kurz im stream quatsch ein bisschen und dann habe ich wieder ab weil ich will mich von diesem spiel nicht spoilern lassen ich habe das das kommt bei mir auch noch als projekt als livestream projekt ich habe mir das auch schon zugelegt ja auf jeden fall ja falls ihr euch auch wundert warum ich jetzt die ganze zeit dings zog wenn ich jetzt hier kein angezockt mix mache dass ich dann andauernd cry of fear zocke das habe ich schon im cry of fear let's play gesagt ich will dieses spiel nicht durch haben weil ich habe schon wieder das nächste horror game habe ich schon wieder in der hinterhand das will ich habe ich schon wieder habe ich schon wieder habe ich schon wieder habe ich schon wieder da was ich gerne weiter mal was ich kann doch sagen es war keins das angezockte ist auch kein evil wits in zwei aber wie ihr wisst mache ich ja immer ein live stream von horror games und den rest mache ich immer so ein bisschen und ja stalker ist auch so ein ding wo ich ganz ehrlich sagen muss ich habe darauf einfach zurzeit keine lust ich weiß nicht ob ich das irgendwann mal weitermache das ist auf jeden fall auf unbestimmte zeit erstmal pausiert ich habe darauf keine lust es tut mir leid ihr habt es zwar gewotet und ich fühle mich da echt schlecht dabei weil ihr das ja auch gewotet habt das spiel schuldigung ich habe ja staub auf dem auf jeden fall ich fühle mich da auch echt schlecht dabei weil ihr habt ihr gewotet und ich spiel es nicht weiter und da fühle ich mich echt nicht so aber ich habe einfach keine lust und bei mir ist die devise nun mal ich mache wenn ich lust habe und ich mache wenn ich laune habe ich habe einfach keine lust mehr dass youtube mein leben regiert sondern ich will youtube regieren hat nee das hat sich jetzt wieder falsch angehört ich meine ihr wisst schon was ich meine ich möchte bitte über mein hobby bestimmt nicht das hobby über mich so so wollte ich das eng und das war am anfang eben so und da hat man sich viel zu viel stress gemacht und jetzt lebt sich ein bisschen besser und seitdem eben die ganzen zwischenfälle waren musste ich mich habe ich mich ein bisschen ich sag mal gebessert ich habe jetzt viel mehr zeit für was anderes noch und und das ist ja auch schön so so hat es ja eigentlich jeder und so und ja und ja auf jeden fall was wollte ich jetzt noch sagen war noch irgendwas und zwar ps4 plus update ps plus update habe ich schon gesagt mit dem mit dem angezockt mix ich gucke jetzt ja das wird schon mit dritten stecken ja ich habe mir doch mal überhaupt nichts vorbereitet oder so ach so und zwar mit dem wwe karrieremodus habe ich gesagt das war das haben wir auch es war noch was es war noch was es war noch was ich bin gerade überlegen ja ich bin auf jeden fall dann heiden froh wenn dieser live stream mit dieser ps4 dann klappt das klappt ich habe auch ein bisschen dadurch bei obs dass die ps4 immer ganz milchig kam konnte ich noch ein bisschen an farben rumspielen das kommt jetzt eigentlich ganz gut rüber gefällt mir jetzt auch wie ps4 gestreamt beziehungsweise aufgenommen wird auf obs weil das problem war immer das milchige das einzige was jetzt halt wirklich noch das problem ist ist dieses kleine delay von einer halben bis zu einer sekunde das heißt das spiel spiel sound und spiel selber stimmen überein wenn ich spreche spreche ich auch mit der kamera das problem ist dass das spiel eine sekunde später reagieren als ich mache also wenn jetzt ich jetzt im spiel hinfalle dann sage ich schon eine sekunde vorher verstehe weil das delay halt ist halt ein bisschen blöd gerade wenn erschreckszenen sind oder sowas dann kommen die halt erst später aber das hat sich jetzt im obs soweit gebessert dass das nur noch eine halbe sekunde oder so ist was gar nicht mal so schlimm ist weil damals ich kann mich noch erinnern ich habe ich jetzt vor kurzem das mal wieder gesehen revan hat er damals auch mit obs angefangen ps4 zu streamen und er hatte da e-wes in und da war es halt wirklich bei solchen haus dem war erschrocken ist oder sowas wirklich das war so ein bisschen ja es ist ein bisschen atmosphäre muss man sagen ja aber ja muss man kommen und auf ps4 da wird es dann auch wieder viel angezockt geben und viel 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 sachen aber ich wollte noch was sagen diesen morgen jetzt gerade überhaupt nicht einfallen durch ps4 habe ich gesagt dass wir das noch mal probieren mit den wahren stellen als nächstes dieses angezockt ps4 pro ps4 plus und irgendwas wollte ich noch sagen ich komme darauf ich will es aber auch nicht ausmachen weil ich muss da jetzt drauf kommen weil ja es ist halt so weil ich wollte das jetzt unbedingt das war ein einziger gründe warum ich überhaupt diesen diesen wieder noch mit mache store habe ich auch gesagt dass ich das wwe2k habe ich auch gesagt dass ich das weitermachen im live stream ich war das noch natürlich die 1 2 3 part oder habe ich das erzählt ich weiß nicht ich habe jetzt gerade das zweite mal die aufnahme gestartet deswegen weiß ich jetzt nicht ob ich das jetzt hier schon erzählt aber nicht erzählt einfach noch mal falls ihr es schon mal gehört habt und zwar das wwe2k18 diesen main karrieremodus den werde ich weiter let's play im live stream weil ich habe einfach keine lust ja ich glaube das habe ich auch schon erzählt ich habe keine ahnung ich bin ein bisschen verpeilt noch ich bin müde von von der arbeit und dies und deswegen vergesse ich leicht was ich jetzt erzählt habe das ging mir vor paar wochen schon mal so da wollte ich hier habe ich mich echt hingesetzt habe mir fest vorgenommen vlog zu machen und jedes mal wenn ich ein thema besprochen habe ein zweites angefangen habe ich schon wieder vergessen habe ich das erste überhaupt angesprochen habe und das das ist dann total nervig wenn du dann hier die ganze zeit immer selber quatsch das ging mir jetzt gerade mit wwe ging mir jetzt geradezu ob ich das gemacht habe ja was war denn noch was war denn noch was war denn noch ich wollte noch irgendwas sagen ach so ja das wimmelbildspiel das machen wir mal schön gemütlich noch weiter das kommt auf jeden fall auch noch ja auf koop deluxe könnt ihr euch auf jeden fall bald auf ein projekt freuen was der rewan und ich natürlich drei waren eigentlich zusammen machen das kommt dann auch ab und an da kommt was anderes als nur die ganze zeit dieses wwe turnier das ist halt auch wie gesagt wir müssen halt auch mal die zeit finden wir was schaffen und wie was machen und deswegen wir kamen bis jetzt immer nur auf dieses weil das ist aber so ein match ist schnell aufgenommen das sind aber bloß mal so naja höchstens hoch kommt mal zehn minuten oder wenn es wirklich mal ein richtig langes 20 minuten aber eigentlich meistens so zehn minuten 15 minuten da kannst du aber schnell so ein match schnell aufnehmen obwohl ich da auch schon am liebäugeln bin ob wir dieses dieses turnier nicht auch live weitermachen aber das weiß ich noch nicht da muss mal gucken das weiß ich noch nicht das ist das steht noch eine sterne das will ich noch nicht sagen da will ich noch nichts dazu sagen das kommt dann wie es kommt weil ja die ich merke schon die aufnahmen das ist halt nicht so man ist jetzt von uns so ein bisschen live stream und so gewöhnt und die aufnahmen die sind die sind halt doof man kann sich nicht mit unserem halten man kann sich nicht näher und deswegen ja müssen wir schauen müssen wir schauen ob wir das vielleicht so machen kann ja noch mal mit dem rewano reden aber dann ist es halt auch keine regelmäßigkeit mehr dann halt eben wirklich nur dann wenn wir zusammensitzen und wenn wir wirklich zeit haben so habt ihr wenigstens jeden tagen video von uns müsst ihr euch ja könnt ihr könnt ihr ja auch mal die kommentare schreiben ob ihr das vielleicht so wollt weil ich denke mir mal die leute die kurve deluxe gucken dann hier auch kommt denke ich mal weiß ich nicht so was war denn noch es war noch was was ich eigentlich sagen wollte das nervt mich gerade voll an und zwar ich hab's wieder und zwar habe ich ja schon gesagt im letzten vlog oder im letzten sonst wann habe ich gesagt es sind noch zwei tech videos offen es sind noch zwei tech videos offen ich wurde geteckt von zwei kanälen und die wollte ich noch machen und das für den einen kanal das habe ich schon aufgenommen gehabt ich habe es um versehentlich gelöscht und ich komme nicht dazu die schöne videos raus aufzunehmen und deswegen habe ich mir gedacht ich mache mal was ganz anderes und zwar nehme ich das dann auch gleich wieder als test für euch mit euch ich werde einen sozusagen eine art hangout ich mache kein hangout ich mache über obs schon das ein bisschen was einfügen kann und diesen das weil das hangout ist mir einfach zu einfach und hangout ist immer gut wenn zwei jetzt zusammen sind dass immer die kameras gewechselt werden aber so ist es schon ja und ich werde dieses tag diese zwei tech videos in einem live stream machen ich werde da einen ein sozusagen geteckt live stream machen weil ich werde sowieso keine anderen weiter tacken weil jeden einzelnen den ich geteckt habe außer dass die der soutilus oder wieder hieß den ich damals geteckt habe das war der einzige der irgendwas gemacht hat zu den tech videos revano zum beispiel da ist da ja überhaupt nicht da ist da überhaupt nicht irgendwo ansprechbar keine ahnung da wurde ja jetzt schon von 50 kanälen geteckt aber er macht einfach da mal gar nichts das ist nicht böse gemeint jetzt gewann aber er kommt halt auch nicht dazu und ja also aber deswegen ist hat kein sinn und ich habe auch ja damals mörder angeteckt und diesen das und die machen alle nett mit und von daher der einzige person wo ich denke die mitmachen würde ist ricarda denke ich mir mal aber das wäre eine einzelne person und ich weiß nicht man sollte schon beim geteckt da so ein bisschen was hinten raushauen ein bisschen ein paar leute guck odin hat das auch nicht gemacht das geteckt video und die ganzen anderen die ich angeteckt habt dummbabler und sowas die haben das alle nicht gemacht und da merkt man doch schon mal dass und ja und also es ist nicht alles nicht böse gemeint ich nehme den leuten das nicht übel ist ja alles freiwillig aber somit beende ich sozusagen geteckt reihe bei mir die zwei geteckt dinger und wir machen das in einem live stream und das habe ich mir eben überlegt dass wir dann so ein bisschen nebenbei noch quatschen und dass wir da wirklich mal eine kleine quatschrunde machen vielleicht sogar über diese diese fragen die mir gestellt werden über meine antworten vielleicht zu reden weil es sind auch interessante fragen dabei die so und vielleicht könnt ihr ja dann auch fragen noch noch reinhauen in die fragen an mich habt oder da könnte man das ist ein bisschen quatschen könnte mich auch mal so ein bisschen vielleicht besser können weil ich bin hier nun mal ehrlich ich rede auch gern ich sage ich offenbare mich auch gern ich bin gerne ein offenes buch und gut es gibt so gibt so sachen die sage ich mir die gehen euch nichts an es gibt zum beispiel ganz karte grenzen gibt bei meinen kindern meine kinder werden wird wird ihr werdet ihr nie bis sie das zumindest verstehen oder wenn sie genau wissen was sie da tun werdet ihr die nie in meinem video sehen niemals nie niemals nie nach einer mannen nein 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 ich sehe dann nie niemals weil das möchte ich den kindern einfach weil es ist mir einfach so eine große gefahr die ich die ich die kinder aussetze der öffentlichkeit und weil es gibt ja es gibt ja viele 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 böse menschen und auch so gibt es ja auch viele viele böse menschen unter euch zuschauern die dann wirklich ganz böse sachen drunter schreiben und gerade wenn dann so eine kleine heranwachsende da irgendwie vor der kamera huscht oder sowas und dann stehen da irgendwie böse kommentare man man weiß ja nie was da was dafür idioten hier rumlaufen die es gibt ja manche der überhaupt kein respekt keinen keinen kein absolut keinen kein ja kein überhaupt keinen anstand gelernt oder sonst irgendwas oder und das ist dann einfach ja deswegen die kinder bleiben definitiv dem ganzen fern ja solange sie es nicht verstehen oder solange sie nicht auch mit mit negativen einflüssen umgehen können und das wird also noch lange dauern bis man die kinder vielleicht was ich meine meine tochter ist jetzt auch so ich will auch mal mit aufs video ich will auch mal mit aufs video und blablabla da kannst du dich mal mit mir und kannst du dich mal mit mir und du musst auch die kamera nicht anschalten nur wenn du meine stimme und dann können wir und dann sag ich ja ne also sie würde das schon gerne mal mit mir was let's playen oder so sie würde das schon gerne mal ein bisschen mit rein kwatern aber ne das möchte ich nicht das ist einfach mir sind einfach leider 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 die ganzen hater da einfach also mich selber stürzt nicht aber ich reagiere sehr 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 allergisch drauf wenn wenn meiner tochter irgendwie was oder meinen kindern irgendwas und deswegen ich glaube ich würde hier meinen bildschirm zu reisen wenn irgend so ein spack oder meine tochter beleidigt oder so ich glaube ich würde den seiner ep raussuchen den da hinfahren und den den zwei köpfe kürzer machen und den sein oder so hinten nach unten klappen und den seinen kopf in den arschler stecken und dann bergrunter rollen und irgendwie so keine ahnung ja ja nee aber ich meine ihr wisst schon was ich meine auf jeden fall würde ich halt nicht wollen wie kann ich jetzt überhaupt ja das ist zum beispiel so ein thema was bei mir aber jetzt gerade vom vom reden her oder so bin ich eigentlich ein offenes buch von daher wenn man meine let's place gerade da der gerade der peace walker ist ja so einer der immer eigentlich mein stammzuschauer da guckt der let's place ohne ende von mir an und ich bin auch ganz stolz auf diesen auf diesen kerl hatte auch schon mal mit mir gezockt und vielleicht kann man ja mit dem oder mal irgendwie live stream machen und da wird vielleicht das mitbekommen in den älteren video habe ich auch so über meine vergangenheit so ein bisschen gesprochen und die sind das ja wie gesagt ich will auf jeden fall so was wie ein hangout machen plus halt obs form ein bisschen mit einbauen und da werde ich dann das werde ich auch getagged nennen und getagged eure fragen keine ahnung irgendwie sowas wird schon sein dass ihr das erkennt dass es natürlich dieses getagged video ist oder werden wir einfach eine quasselrunde machen wir waren einfach und deswegen will ich ja auch mal ausprobieren wie das funktioniert mit euch einfach mal zu quasseln und weil ich muss ganz ehrlich bestehen mir gefallen zum beispiel sehr guter kumpel kennt er ja auch der odin den kennt er ja wenn er nicht kennt und ins test ich tue einfach mal den link unten verlinken ganz unbedingt mal drauf gucken total sympathischer kerl und ja auf jeden fall und er macht immer hangouts und das und das gefällt mir immer sehr gut und auch mit dabei mitzuwirken und das und da habe ich auch schon mal überlegt bin ich mir einfach mal eine quatschrunde hätte ich auch mal bock drauf weil ich quatsch gern ich quatsch gern ich quatsch gern mit leuten und quatsch kann da und bin gern blabbermäulchen und ja und dann kann ich das gleich mal mit als test nutzen das getagged video was hier so kommt ihr könnt ja wie gesagt ihr könnt eure fragen stellen ihr könnt mich fragen ausfragen ausquetschen sonst irgendwas ihr könnt mit mir einfach mal über alles reden oder dies oder keine ahnung über alles reden über die vergangenheit mit uns beiden aber ihr wisst schon was ich meine da will ich einfach mal so eine quatschrunde probieren wenn es gut läuft werde ich vielleicht in der zukunft öfters mal so so ein dings machen und ja das habe ich ja ich hatte ja auch dieses voting video damals hatte ich ja auch gesagt dass ich nicht ich mache das dann auch etwas weil ich habe ja auch gesagt bei dem voting video wir machen das öfters mal mit zum net mit dem voting sondern gemischte spiele und daraus ist dann eben dieser angezockt mix entstanden im kopf und finde ich finde es cool ich muss muss sagen es macht mir immer wieder spaß auch wenn sehr viel müll manchmal dabei ist aber sehr viel auszustehen ist und jetzt wird jetzt hat sich ja wirklich die spielebibliothek dann mit noch jahren die spielebibliothek hast du ganz gut ach und das ist ja auch mit dabei meinst du und da hat sich jetzt natürlich unser spieluniversum noch viel viel größer wenn ich noch der ps3 mit anschließt aber dann auch mehr und ach ich glaube wir werden nie fertig werden mit angezockt weil ich sage ja wie ihr schon gemerkt habt alles an ich zog ja nicht nur neue spiele an ich zog ja auch alte spiele an was ich noch nicht gezockt habe einfach mal anzocken und deswegen ist es halt angezockt für mich ist es angezockt ihr habt es vielleicht schon dreitausend mal durchgespielt aber ich zog das erste mal an also bei mir sind ja die angezockten immer blind schon immer blind blind schon immer blind gewesen ja blind blind ist das gleiche aber ich zocke jetzt nicht blind ich zocke das spiel und unwissend ja gut das war eigentlich schon alles was ich sagen wollte in 25 minuten schon wieder 25 minuten wieder mein gott ich habe jetzt wirklich alles hoffentlich alles gesagt und ich weiß nicht wann ich diesen wieder geschaut jetzt glaube ich gleich hören und wird vielleicht heute abend noch kommen und dann wird morgen also ich habe vor ich sage noch nichts ich sag noch nichts ich war das vorher also ich habe vor morgen also also heute wenn ihr das video sieht bestimmt heute den obwohl wenn ich jetzt noch hochladen schaffe ich vielleicht noch ich habe keine ahnung also den 16 11 vielleicht abend mal wieder ins kleinen stream zu machen wird vielleicht wird bestimmt wieder cry of 4 werden weil ich will wie gesagt dieses spiel nicht durch haben weil ich habe bin ganz heiß auf das nächste horrorspiel muss ich sagen und da habe ich auch noch nicht angezockt und das ist auch kein auf jeden fall es wird ein neues horror game geben das sterbe ich schon auf dem plan und natürlich unbedingt zocken da freue ich mich schon darauf ja und ja ich gucke gerade noch mal auf meine seite der twitch kanal wird wie gesagt ungemüttelt zu einem ongeltv kanal aporia ist ja auch noch so ein spiel aber da muss ich ganz ehrlich sagen aporia ist so ein spiel was ich mega geil finde und ich habe auch mega bock drauf auf das spiel aber ich habe das problem bei dem spiel immer wenn ich daran denke wo ich da gerade stehe wie riesig groß das ist ich kann sowas nicht spielen wenn ich kurz nach der arbeit kaputt und blablabla weil dann kann ich mich ich peile da gar nichts mehr weil also ein cry of 4 darum rennen nach der arbeit oder so das funktioniert da kannst du auch mal so ein bisschen angeschlagen sein da kannst du aber ein bisschen düsseldich sein aber bei aporia muss ich ganz ehrlich sagen die riesenkarte da musst du ja mal wissen wo du hingehst und und deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig da ne da war das richtiges raus zu bekommen aber naja ach so denn ich sehe gerade den angezockten mix part 6 muss ich auch noch beschriften das habe ich auch noch nicht geschafft aber naja so das soll es erst mal gewesen sein und ja auf jeden fall viele liebe grüße an alle wer auch immer alle ist aber ihr seid gemeint du bist gemeint ja okay dann würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns dann in einem live stream im nächsten live stream wieder also wie gesagt ich mache die auch nicht lasst die drei part jetzt noch durchlaufen dann mache ich das in einem live stream weil ich habe einfach keinen bock mehr aufzunehmen das macht einfach ich mag es lieber mit euch in kontakt zu sein ein bisschen zu quasseln und es ist einfach so langweilig alleine aufzunehmen ja dann würde ich sagen jetzt aber wirklich vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns im nächsten video im nächsten angezockt und quatsch im nächsten live stream und ach oder vielleicht hier sogar noch wieder gleich mal ich wollte noch wieder quatsch so wird es nicht kommen weil ich habe jetzt eigentlich alles erzählt ich hoffe dass ich alles erzählt aber ich wette mit euch macht dieses ich drücke diesen knopf und dann hält die aufnahme an und ich sage nein das habe ich wieder vergessen aber mir mag es jetzt gerade nicht einfallen und von daher würde ich sagen ja und das wochenende jetzt wird auch nichts kommen denn dann die nächste woche wird mittags wieder kommen weil dann habe ich in der nachtschicht und dann kann ich wieder eher so abends streamen von 16 bis 20 ja das wird wieder geil da kann ich bin auch immer fit oder bin ja richtig ausgeschlafen und nicht nach der arbeit und blablabla auf jeden fall morgen habe ich vor vielleicht noch mal ein stream zu machen mal gucken also am 16 heute morgen keine ahnung wann ihr das video guckt vielleicht sogar gestern wenn ihr das video natürlich übermorgen guckt aber wir werden sehen also ich weiß es noch nicht hundertprozentig ich will gucken ich werde auf jeden fall ihr werdet abends informiert ach und was ich noch sagen wollte zum abschluss toll dass ich das jetzt nach 28 minuten sage ich vollidiot das wollte ich am anfang sagen scheiße liebe leute es kommen manchmal möglich welche in streamen oder fragen mich an ja wann streamst du wann diese das und das haben viele leute leider noch nicht so ganz geschnappelt das ist ist nicht böse gemeint ich musste auch erst raus lernen jeder muss erst mal manche wissen es halt nicht ist nicht böse gemeint das ist auch nicht ich appelliere auch nicht an schlauheit von anderen oder ich tue nicht euch dumm machen oder irgendwas und zwar könnt ihr auf youtube neben dem abo button oben wenn ihr abonniert habt könnt ihr da eine glocke anklicken und wenn ihr diese glocke anklickt dann könnt ihr einstellen dass ihr benachrichtigungen bekommt wann ich live bin weil wie gesagt ich krieg viele nachrichten man ich würde auch gerne mal live dabei sein casey zum beispiel setzt uns wieder ich würde auch gerne mal live dabei sein wenn du einfach die glocke aktivieren und dann kriegt ihr immer wenn ich live geht paf kommt bei euch auf dem desktop oder bei eurem Handy kommt dann dass ich live bin das ist das einfachste und ich habe auch schon überlegt ich habe jetzt zurzeit so eine kleine whatsapp broadcast liste sozusagen alle die so ein whatsapp habt die meine streams gucken oder öfters mal mit reinschauen die habe ich halt eben eine broadcast liste gehauen das ist nicht so eine gruppe wo die ganzen leute miteinander sprechen können sondern meine private broadcast liste und dort sage ich dann natürlich immer schreibe ich einmal ihr stream fängt an und blablabla habe ich auch schon überlegt habe ich vielleicht da meine nummer so es ist oder wer vielleicht interesse hat könnte vielleicht auch dann ich weiß es nicht das ist immer so eine sache handynummer weitergeben und das auch noch in der öffentlichkeit das könnte schwierig werden aber auf der anderen seite denke ich mir man könnte ja dann auch die leute blockieren einfach die auf den sack gehen kann man blockieren und dann sind die weg aber da können sie wieder aber ich weiß nicht also da bin ich da überlegen was ich mache habe ich da so eine kleine also ihr werdet dann ihr könnt natürlich auch sagen wir wollen eine whatsapp gruppe von onkel tv dann können wir auch machen aber da müsst ihr dann halt mit euch selber klar sein dass er halt eben eure telefonnummern jeden anderen der da mit drin ist auch weiter gibt und von daher das machen ja viele nicht so würde ich euch alle auf die broadcast liste nehmen ihr würdet voneinander gar nichts wissen sozusagen und ich würde ja dann immer wenn ich stream dann eben eine nachricht mache ich halt zurzeit auch mit vielen leuten die da die ist gerne wissen wollen und immer verpassen also entweder ja aktiviert bei die glocke oder ihr könnt ja mal in den kommentaren wir die idee findet oder schreibt mir ihr habt ja ihr könnt mir eigentlich auch eine mail schreiben schreibt mir eine mail und sagt ich würde gerne in deine broadcast liste dann gibt ich meine handynummer oder eure handynummer und dann nehme ich euch mit rein ins handy und dann kann ich euch mit in die broadcast liste nehmen habt das einfacher kann einfach auf dem handy könnte man auch so machen ihr wisst ja wo man mail schreibt oder also auf youtube geht einfach oben auf kanalinfo und dann auf nachricht schreiben und dann eine e mail senden dann kommt ihr kriege ich dann eure e mail oder ihr schreibt einfach auf onkel-tv at mail.de das ist zum beispiel meine aktuelle onkel tv e mail adresse könnt ihr auch machen wie gesagt schreibt in die kommentare oder wie ihr das gerne möchtet aktiviert auf jeden fall mal die glocke dann kriegt ihr wenigstens über die benachrichtigung weil live ist das meine immer in den nachtschicht wochen bin ich viel live und dann kriegt aber mehr nachrichten und in den anderen wochen kriegt halt überhaupt keine großartigen nachricht weil ich eben nicht live gehe und von daher wird es euch schon nicht so auf den sack gehen also 32 minuten auf jeden fall war das so ja wie gesagt entweder schreibt mir eine mail auf onkel-tv at mail.de schreibt mir einfach eine e mail mit den broadcast liste und hinterlasst die handynummer schreibt doch bitte mit hin wer ihr seid oder also das ist irgendwie ich kann ja nicht 1 2 3 4 und send die woher soll ich wissen wer du bist oder was du kannst ja auch er kennt sowieso gerne auch privat mail in mir und mit mir schreiben oder ihr könnt auch gerne kommentare oder keine ahnung macht einfach wie ihr es denkt und ich habe mal so eine idee in raum geworfen was ihr daraus macht ja könnt ihr ja mal drüber nachdenken so also liebe freunde jetzt höre ich aber wirklich auf ja ich wollte schon dreißig mal den knopf drücken hier und das was ich am ende erzähle würde ich eigentlich am anfang erzählen und jetzt am ende kommt aber das was es hingehört nämlich ein tschüss bis zum nächsten mal